Moin und hallo und willkommen zurück zu Chades of Arise, dem mittlerweile zwölften Part. Und ja, nachdem ich das letzte Mal nochmal versucht habe, den dicken Drachen zu erledigen, was wieder nicht so gut geklappt hat, werde ich heute mal versuchen, ein bisschen in der Story voranzukommen. Also ihr wirst ja abonnieren, liken gerne gesehen und ab rein dafür! Und dann schauen wir mal weiter. Ehrlich gesagt, ja, irgendwie sind wir jetzt in einer komischen Stadt, wo alle ja relativ entspannt frei leben können. Also bin nochmal gespannt, wie da so der Kniff sein wird, dass wir die dann trotzdem von ihren Meistern da befreien. Erstmal hier ein bisschen Weizen sammeln. Aber es ist gut, dass wir jetzt den Quest mit dem Drachen, das heißt, den können wir jederzeit herausfordern. Verwüstung ist neu, okay. Gucken wir einfach mal, was das ist. Hier ist nix Neues dabei. Oh, Fähigkeiten Matex. Irgendwas Interessantes. Verlaufen nicht super viele Punkte. Karte brauchen wir. Die Stadt des Zusammenlebens, sprich mit den Einwohnern. Okay, dann kommen wir mal hier oben. Erstmal will ich nochmal hier mit der guten Dame reden. Neue Regel, was ich mache. Ich habe es selbst gekauft, wenn ihr es glauben könnt. Heutzutage bekommen wir den einen fairen Lohn für die Arbeit, die wir machen. Das haben wir als alles Lord Dohalin zu verdanken. Ja, das ist doch schön. Fairer Lohn fürs Rumstehen und Fegen kann ja nicht so verkehrt sein, oder? Wo sind wir jetzt hier reingeraten? Wir kommen auf den Übungsgeländen, den ganzen Stolz. Wenn ihr euren Training auf die nächste Ebene bringen wollt, seid ihr richtig. Wir freuen uns bei jedem. Ja, dann... Erstmal ein Einzelkampf. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, also... Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Und jetzt immer gib ihm. Hier auch noch mal eins erledigt. Also ganz schön zäh hier die Typen. Ach, come on. Okay, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Aua. Jetzt hat er mich platt gewälzt. Okay. Genau. Kann aber sein, dass ich das auch brauche. Empfohlenes Level. Boah. Dann nehmen wir doch mal das hier. Ähm. Verliert der überhaupt irgendwas? Ja. 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 Ich bin der Verrecher. Lass mich fern. Verdammt. Okay. Ich bin verwirrt, warum der keinen Schaden nimmt. Da muss ich erst auf den anderen gehen. Ach, jetzt macht er den auf einmal Schaden, okay. Weiß ja gar nicht, kann ich hier eigentlich jetzt... Ne, keine Objekte nutzen. Oh, ich wollte gerade sagen, passt so aus. Ich fühle mich irgendwie noch nicht so bereit dafür. Da weiß ich, ja gut, da brauche ich hier auch nicht anfangen. Okay, ich brauche ganz nett. Flammenhieb, das klingt doch mal nett. Vielleicht in der Blitz. Ja, das Ding werde ich hier, würde ich mal sagen, komplett ausbauen. Aber das dauert noch ein bisschen. Interessant, interessant. Was haben wir hier oben? Tür ist verschlossen. Ungünstig. Okay. Da können wir auch noch mal nehmen für das Aufwand. Wenn wir da einen schnell... Dann klingt das doch mal relativ easy. Ähm... Da war'n. Ähm... Da war'n. Na, was geht. Geht's gut. Ach ja. Immer diese Schmarotzer. Ach, das interessiert mich gerade eher weniger alles. Wir schauen. Was... Das ist schon... Okay. Was... Das ist... Was ist das denn? Die Karten... Die Karten... Die Karten... Ich freue mich. Ich freue mich. Schau'n... Wo geht es denn hier rein? Okay, können wir nicht rein. Erkäste. Und dann haben wir richtig viel erfahren. Dann gibt es noch ein Stern und eine Briefmarke hier. Da ist das Hotel, da müssen wir rein. Oh. 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 Wenn wir noch mal gegen den Drachen ankampfen wollen. Was ist da? Da ging es noch irgendwas? Das ist der aktuelle Stern, den ich jetzt gesehen habe. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Ich kann nicht glauben, dass ich mich nicht verliebt habe. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Wenn wir uns zu schützen wollen, das ist zu schützend, dass ich mich sehr interessiert habe. Wir schauen noch mal ein paar Jahre. Ich habe noch nicht gesehen, dass ich mich nicht gesehen habe. Was ist das, dass diese Skarsen von Tüoharim, jemand weiß? Ich habe das vorhin, dass ich mich zuvor, dass ich mich zuvor vorgelebt habe. Ich habe mich nicht zuvor, dass ich mich bei den Tüoharim aneimisch aneimisch kenne. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass ich mich bei den Tüoharim auf meine Tüoharim fügel mache, wenn ich mich auf das Knie kenne mache. Das war so, dass ich mich zuvor. Das war so, wenn ich mich zuvor. Medan-Scheu hat die Erde gesammelt. Ich weiß nicht, ob ich die Menschen... Heute ist mein Vater, in der Zeitung. Das ist auch mein Vater. Wenn ich auch bin, dann kann ich mir helfen. Probieren wir uns mal diesen gesagten Steinpupp an. Nette Maschine. Oh, ich hab ihm seine Milch geklaut. Oh, ist okay. Die sind ja hier alle so tief und entspannt. Dann habe ich doch noch das Letzernes gesehen. Ja, ist klar. Unüberwindbares Hindernis. Oh, zumindest achtet sich auf sich. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Vielen Dank. Ich meine, das war doch eh die ganze Zeit unser Plan, also... Hm? Hm? Richtige Einstellung. Ganz genau. Wenn man uns erst mal Antworten zu sagen hat. Vielleicht ist es ja auch ein Juter. Aber sind wir mal ehrlich, das wird es nicht sein. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Getschen. 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 Das war's für heute. Das ist ein Schlauch, der für mich in die Einheit der Eride-Menencia. Das ist ein Schlauch, der für mich in der Eride-Menencia. Aber ich denke, dass du nicht verwirrt, was ich nicht so toll. Ich dachte, dass du nicht so toll hast. Du bist doch, dass du mich hast, um mich zu verletzen. Aber dann, wie soll ich hier, am Ende mit der Eriebewegung sein? Ich habe die Möglichkeit, die Zeit zu sehen, wie ich in den Bischof und der Hände. Ich habe auch nicht gesehen, dass ich mich nicht mehr überraschend von einem Jägen, sondern ich habe gesehen. Ich habe mich nicht gesehen, dass ich mich nicht mehr überraschend hatte. Ich habe mich nicht mehr überraschend gesehen. Ich habe mich nicht mehr überraschend aus den Mänen. Okay. 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 Klingt eigentlich ganz witzig. Okay. 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 Ich denke, ich kann nicht so gut sein, aber... Als die Leute, die sich am Ende der Zeit verletzten, haben sie viel Arbeit gemacht. Aber es ist egal, dass ich nicht wichtig bin. Ich bin nicht interessiert, weil ich nicht interessiert, dass ich mich nicht interessiert. Okay, cool. Okay, cool. Der Fall ist... Entschuldigung! Keine! Ich kann mich nicht verabschieden, aber ich kann mich nicht verabschieden. Okay. Ich kann mich nicht verabschieden, aber ich kann mich nicht verabschieden, aber ich kann mich nicht verabschieden. Ich kann mich nicht verabschieden, aber ich kann mich nicht verabschieden. Und das war ja gut. Der Kjellzalck! Die Leute sind zurückgekommen. Die Zitze des Zitze. Die Zitze des Zitze des Zitze. Wenn die Stadt nach der Straße geht, dann wird es gleich das zu wissen. Nur eine hat auch gegessen. Gute essen. Gute. Ok, hier gibt es auf jeden Fall viele Zähne. Es ist nicht, dass ich mich hier nicht noch umsehen darf. Hier scheint es jetzt nichts interessantes zu geben, aber ich mache Hintergrundmusik gerade ganz gerne. Ok, ich bin nicht alles los. Ich glaube erstmal hier die Rollenmarken. Nimm die doch was. Hm. Ehrlich? Ok, da will er mich nicht durchlassen. Verdammt. Wann hätte ich das sein können? Ja, es steht euch doch nicht, wenn ich hier mal ein paar Sachen mitnehme. Und alle weitermachen. Ja. 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 Ja, er macht den Seestern. אם. bubbles arch. Immer. Ja. 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 und ich dachte das wird die relativ easy einfach irgendwie alles frühstücken an lords und dann ist das spiel durch scheint mir nicht so noch mal hier gibt es echt viel zu erkunden ja das ist doch schon sehr groß irgendwas blinkendes wenn meine vorräte ziemlich aufgebracht sind ist das leider ein wenig ist gerade in bibliotheken gibt es auch immer was schönes zu finden ja 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 Hm? ok interessante bücher haben sehen ja das würde mich auch noch interessieren ich würde gerne wissen ob es irgendetwas bringt ja diese informationen an durchstrichen zusammen bisschen mehr habe ich mir schon hier schon oft lagerraum klingt gut wenn ich den schatzkammer gedrückt machen sich in den lagerraum immerhin ich werde mich jetzt nicht über das gratis beschweren nein ich bestelle den lord nicht Und ja, ich bin verdammt neugierig. Ja, ich werde dich schon mal finden, kleine Eule. Ach da. Vielleicht hast du mir auch geholfen, dann können wir bestimmt mal wieder in den Wald gehen. Und damit hat sich das jetzt auf jeden Fall schon gelohnt. Okay. 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 Das war's für mich. 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 Was geht? Ach, Schmader. Ah. Machen wir diese Pflanze fertig. Hier wird geballert. Wie geht's das? Das ist ein Schwerpunkt. Das ist ein Schwerpunkt. Das ist ein Schwerpunkt. Das ist ein Schwerpunkt. Das war's für heute. Schöner Fischern. Haben sie noch irgendwo hier? Kriegst Zeugs? Ich brauch meinen Zähler. Nein, hier anscheinend war nicht. Da, also links. Und sind noch welche? Oh. 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 Ich bin ein Es ist eine der Die Schrocken Ja Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh, zumindest ist was? Naja, o. Ja, nett. Das war's für heute. ich habe noch eine kleine vermutung welche sein könnten es müsste jetzt wieder weg sein hier ist ja ich glaube schon uns kea-counter, aber weiß ich noch nicht Türe oder was da sehe ich zumindest was es ist 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 es 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 Das war's für heute. Das war bei den Viechern Das sind aber echt viele Ich glaube jetzt nicht, dass es da so was super krasses geht Das ist schon mal sehr gut Wache schmieden, Wache fertigen Uh, nice Cool Fertigen und ausrüsten, bitte, danke Ja komm, dann kriegt sie ihr Buch Hm Gut zu essen Ja wirklich interessant zu sagen, hat er jetzt nichts Ach von hier aus kann ich den immer quasi zu dem Bauernhof, aber da habe ich jetzt auch nicht so großes Interesse daran Hm ja ja sagen wir nichts dazu Können mich krasser als Jascha machen. Ja, ich bin der Rosenkrieger. Töpizender finde ich aber eigentlich ganz witzig. Aber nö. Was ein Skin. Nö, das rote ist schon aufwürzen. Na, was wird jetzt hier passieren? Nachdem wir gestärkt sind. Nö. 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 Okay, Toros later. ich hab irgendwie noch nicht so den plan was ich jetzt eigentlich machen soll irgendwie haben wir gerade schaden gemacht aber ich weiß nicht wie ach die einzelnen haben leben sterben damit waren es noch zwei sehr einfach es ist ja nicht so dass es mehr werden ach dann zu übernehme ich d Danke für die Heilung. 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 Hm? 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 Danke für die Heilung. 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 Danke für die Heilung.